Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11786 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Er ist so ein Charmeur. Er ist so ein Charmeur. Es macht einfach Spaß, sich mit ihm zu unterhalten und zu plaudern. Er ist so ein Charmeur. Es macht einfach Spaß, sich mit ihm zu unterhalten und zu plaudern. Das Fotomodell ist nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit in der Modewelt. Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen. An den Wochenenden habe ich Zeit für mich ganz persönlich. Dann stört mich niemand. Wir beobachten die Vögel im Wald mit dem Fernglas. Wir beobachten die Vögel im Wald mit dem Fernglas. Im Buch sind hunderte von Vögeln abgebildet. Hast du Zahnseide gekauft? Die Dose, die ich hier habe, ist leer. Hast du Zahnseide gekauft? Die Dose, die ich hier habe, ist leer. Ich habe eine ruhige Lebenseinstellung und entspanne mich so oft es geht bei Musik. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns den Kanal zu abonnieren. Und dann gib uns das Video. Und dann gib uns das Video. Vielen Dank.